Hat sich gefallen? Ja! Jetzt machen wir eine kleine New Style. Für alle, die nicht wissen, was lustig ist, erkläre ich es euch ganz kurz, bevor wir losgehen. Bitte ist übrigens das nächste Lied, was bei mir auf dem Lab ist, genau. Und zwar, New Style ist ungefähr erst in den letzten 10 Jahren entstanden, so richtig. Kommt eigentlich aus Frankreich. Das ist eine Kombination aus den alten Stilen der Straße, das heißt Vlogging, Popping, Google zum Beispiel. Wenn man es nicht sagt, Popping ist bistab, dann macht man immer ganz... Die meisten sagen immer Robert dazu, obwohl es kein Robert ist, weil Robert ist... Das ist was komplett anderes. Und die Leute haben sich versucht, irgendwie ein bisschen mehr an der neuen Musik zu orientieren und haben dadurch so ein bisschen was Harmonisches, Emotionales. Und so Zeug mit diesen Stilen kombiniert. Und dabei ist was richtig Cooles entstanden. Und die haben wir versucht, ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Deswegen New Style Gruppe zu mir! Applaus 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 Um Applaus Applaus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es ist nicht unbedingt alles leicht zu tanzen. Es sieht zwar relativ easy aus, wenn man das mal so ein bisschen kann, aber es ist schon sehr viel Grundlagentraining. Angefangen von dem, was ich weiß, in der Welt funktioniert, bis ich sehe, dass ich meine Schultern einsetzen kann, wenn ich sie brauche, um die Ferse oder die Brust. Und jeder, der schon mal probiert hat, die Brust zu legen, ohne dass die Schultern sich in der Befeschke, das ist nicht so einfach. Okay? Gut. Als nächstes haben wir jetzt die Intensivgruppe. Und das machen wir jedes Jahr in diesem Intensivprojekt. Da geht es in erster Linie um Choreografie und um Technik. Das heißt, es ist so ein 15-15 Ding. Die ersten 50 Prozent der Technik denke ich immer so etwas ab. Und die Miri macht dann die Choreografie-Zentrum. Und bei der Technik geht es natürlich wichtig auch immer darum, welche Technik machen wir. Dieses Jahr haben wir ein New Jack Swing gemacht. Das ist aus der Zeit zwischen 86 und 96, als Hip-Hop eigentlich so ein bisschen ausgestorben war. Und die Leute versucht haben, die alten Stile so ein bisschen auf die elektronisch, langsam elektronische Musikkomp zu interpretieren. Und dazu machen wir jetzt die erste Nummer. Also meine Intensivgruppen, Leute. Und sehr, ein kleiner Applaus. Und weil es eine Intensivgruppe ist, tanzen die jetzt allein. Und auch dazu zu sagen, das Charakteristische an dem Spiel ist, dass die Bewegungen an sich sind eigentlich nicht schwer, es ist einfach sehr energiegeladen. Und auch dessen, dass die Musik auch sehr energiegeladen ist. Also die meisten kennen das vielleicht noch von MC Hammer, so ein bisschen das ist, also Sound and Pepper, oh shit. Ja? Nee? Egal. Zu der Musik ist so ein bisschen diese Ära entstanden. Wir tanzen zu einem Song von Joe Alice, das kennen einige von euch vielleicht aus dem Film Rocky. Das war einer der Titel im Melodie von Rocky 5. Und jetzt will ich sagen, Ruckab. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Applaus 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 Das war natürlich nicht alles, wir haben das nicht mehr gemacht. Ähm, selbst in der Durchschnitt. Kein Stress, alles ist gut. Wie werden wir so zusammentreten? Das war jetzt die New-Jag-Streme-Ecke, den haben wir angefangen. Dann sind wir ein bisschen mehr zurückgegangen zum Thema Strutting, Tutting und Boxing. Boxing hat nicht mit Boxen zu tun, sondern bei Boxing haben wir die Leute schon mal gesehen. Tutting übrigens auch. Was ist Tutting? Da ist ja noch die frische Tat. Ich dachte, die ist schön. Das muss man auch nicht. Wie viel vertraut ist das hier? Kennt jeder? Von? Michael Jackson. Na ja, Michael Jackson. Was ist das? Ägypten. Ja genau, richtig. Laut? Jürgen? Jürgen? Ägypten. Genau, Ägypten, also typisch Ägypten. Der Stil kommt von König, für den ich am Huhn. Also King-Touch-Style nennt sich der. Und da versucht man eigentlich immer so diese ganzen jürgen Hülfen nachzumachen. Es gibt da eigentlich ein relativ kleines Bewegungskampital. Deswegen haben sich die Leute gedacht, sie erweitern das Ganze und haben dann irgendwann das hier dazu gemacht. Sie haben versucht mit den Händen und mit den Armen Boxen zu bauen. Daher kommt der Begriff Boxing. Und wir haben jetzt eine kleine Abfolge gemacht. Einfach am Anfang so ein paar Basics einstudiert. Zum Beispiel ein Basics ist das, dass ich lerne, wie ich mit den Armen bewege. Dann zum Beispiel die Box von der eine auf die andere Seite verlagere oder über vorne ziehe. Also da gibt es ganz viele verschiedene Konsolen. Und wichtig ist bei dem, dass man immer in 90 Grad arbeitet und das halt relativ zack macht. Das heißt immer dunk 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 oder dunk 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 dunk. Für dunk 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 dunk. Das ist eigentlich nicht mehr gereicht. Das ist auch eigentlich die Sinter-Sache. Ja, aber das ist schon echt ein Extremes. Also da tue ich es mich sogar schwer. Da muss man so früh sein und die ganze Zeit in die Ecke stehen. Und dann haben wir uns gedacht, lassen wir es einfach ein bisschen verlangsamen. Weil sie sieht man ja auch gar nicht mehr. Deswegen haben wir lieber das andere Sauber gemacht. Und das macht eigentlich Spaß. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich weiß jetzt, dass alles funktioniert. Okay, fertig. Wollt ihr es sehen? Ja! Was? Ja! Wollt ihr es sehen? Wollt ihr es sehen? Ja! Okay, Musiker. Nummer vier. Okay. Der geht schon. Komm. Das ist auch schön da. Das ist auch schön da. Let's do it now, let's do it now, let's do it now. We just say it! Let's do it now, let's do it know. Okay, こう quandsieht. Barton. Vorher 했는데. Applaus 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 Das dritte was wir gemacht haben war dieses Jahr mit der Locken. Und wir haben dieses Jahr eine kleine Schwierigkeit gemacht und wir haben nicht nur 1, 2, 3 genommen, dann werden wir auch mal 1, 2 und 3 gut. Für 7 Sekunden. Und das Ding ist, Locking, kennt jeder vielleicht von euch? In Österreich kostet ja Funker an uns. Die haben einen Kanazahn und wir sagen was zu Funky Chicken. Okay, das ist ein Desktop. Und da gab es einen Typen, der nannte sich Don Campbell, kam aus L.A. Und der konnte, wie so alte Street Dancer, die meisten haben immer das Problem, das habe ich gesagt, dass man alles auf beiden Seiten trainieren muss. Die meisten haben immer das Problem, dass sie nur alles auf einer Seite perfekt können und linke Seiten das meistens tun. Meistens sind sie Rechtshändler, machen sie rechts hier im Legapass und dann so, äh, wie geht das? Und das ist das Problem. Und der Typ hatte dasselbe Problem. Der hat nicht mal den Funky Chicken getanzt und hat einem angehalten, weil er nicht wusste, wie er auf die andere Seite ging. Er konnte den Schritt nur auf eine Seite. Und dadurch hat er immer diesen Stop gemacht und hat die Bewegung abgeschlossen. Das heißt, er hat einen Lock gemacht. Lock the door, lock the move, okay? Und dadurch ist dieser Lock entstanden. Und das ist so ein bisschen die Grundlage gewesen, dieses E-Logging zu erfinden. E-Logging zu erfinden. Die Spiegel picketepunkte und ist auch ask.